Das hier ist der Ameisenbär, eines der faszinierendsten Tiere der Welt. Wusstest du, dass Ameisenbären eine bis zu 60 cm lange Zunge haben können? Die Zunge ist klebrig und kann bis zu 35.000 Ameisen und Termiten pro Tag einfangen. Diese einzigartige Anpassung ermöglicht es ihnen, ihre Hauptnahrungsquelle ohne Verwendung ihrer Zähne zu konsumieren. Ameisenbären haben eine sehr niedrige Stoffwechselrate, was bedeutet, dass sie alleine von ihrer Insektendiät überleben können. Sie haben keine Zähne und nutzen stattdessen ihre kräftigen Klauen, um Ameisen und Termitenhügel aufzureißen. Eine faszinierende Tatsache über Ameisenbären ist, dass sie sehr schlechte Augen haben und sich auf ihren Geruchssinn verlassen, um ihre Beute zu finden. Ihr Geruchssinn ist so stark, dass sie einen Ameisenhaufen aus über 50 Metern Entfernung erkennen können. Eine weitere interessante Tatsache über Ameisenbären ist, dass sie eine einzigartige Art haben, sich zu verteidigen, wenn sie bedroht werden. Sie richten sich auf ihre Hinterbeine auf und greifen Raubtiere wie Jaguare und Pumas mit ihren kräftigen Klauen an. Ameisenbären tragen ihre Jungen auf den Rücken, so täuschen sie Bedrohungen, da sie zusammen aussehen wie ein starkes Männchen. Untertitelung des ZDF, 2020